Manfred Kreuz ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Als Spieler des FC Schalke 04 absolvierte er 135 Ligaspiele von 1956 bis 1963 in der Fußball-Oberliga West und von 1963 bis 1968 in der Fußball-Bundesliga weitere 83 Ligaspiele mit 16 Toren. Im Jahr 1958 gewann er mit Schalke 04 die deutsche Fußballmeisterschaft Laufbahn. Seine Karriere begann bei den Grün-Weißen des SC Hassel. 17-jährig begann er eine Beamtenausbildung beim Finanzamt Borken. Den Beruf als Finanzbeamter gab er auch während seiner aktiven Zeit nicht auf. Allerdings war aufgrund der Arbeitszeiten und des weiten Weges zur Arbeit an ein optimales Fußballtraining nicht zu denken. Da kam es gut, dass der FC Schalke 04 ein Auge auf dieses Talent mit dem starken linken Fuß geworfen hatte. Schon Mitte der 1950er Jahre wechselte er zu den Knappen. Am 2. September 1956 debütierte er bei einer 2 zu 4 Heimniederlage gegen den VfL Bochum in der Oberliga. Am Rundenende 1956 57 belegte Schalke den vierten Rang und Kreuz hatte in 15 Ligaspielen sieben Tore erzielt. In sein zweites Oberliga-Jahr, 1957 58, startete der auf halb links. Linksaußen wie auch als Mittelstürmer im damaligen WM-System eingesetzte Offensivspieler am Starttag den 11. August 1957 beim 5 zu 0 Auswärtssieg bei Hamburg 07 mit drei Toren. Am Rundenende hatte der schussgewaltige Angreifer in 25 Oberliga-Einsätzen 13 Tore beim Gewinn der Meisterschaft von Schalke in der Oberliga West. Er zielt. In der wegen der Fußball-Weltmeisterschaft 1958 in Schweden verkürzten Endrunde kam er in den Gruppenspielen gegen Tennis Borussia Berlin und den Karlsruher SC zum Einsatz und erzielte drei Tore. Den Sieg gegen den süddeutschen Meister aus Karlsruhe verfolgten 75.000 Zuschauer im Hamburger Volksparkstadion. Im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1957 58 gehörte er zur siegreichen Mannschaft, die den Hamburger SV im Endspiel am 18. Mai in Hannover vor 80.000 Zuschauern. Es wurde von Schiedsrichter Albert Dusch geleitet, mit 3 zu 0 Toren souverän besiegte und in dem Kreuz das dritte Tor erzielte. In der Saison 1958 59 still ragten die vier Einsätze im Europapokal der Meister gegen KB Kopenhagen und insbesondere das Durchsetzen gegen den englischen Meister Wolverhampton Wanderers heraus, wobei Kreuz jeweils als Mittelläufer gegen das Team um Billy Wright überzeugen konnte. Im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft 1962 in Chile erreichte der Finanzbeamte mit Schalke die Wietzenmeisterschaft in der Oberliga West und nahm deshalb zum zweiten Mal an einer Endrunde um die Deutsche Meisterschaft teil. In dieser Serie bildete er überwiegend mit Willi Schulz und Egon Horst die Läuferei der Königsblauen. Schalke setzte sich in der Qualifikation mit 4 zu 1 nach Verlängerung gegen Werder Bremen durch. Scheiterte aber in der Gruppenphase am Titelverteidiger 1, FC Nürnberg. Kreuz hatte alle vier Spiele als linker Außenläufer bestritten. Vor dem Start der letzten Oberliga-Runde 1962-63 wurde der DFB-Pokal 1962 ausgespielt. Kreuz und Kollegen scheiterten im Halbfinale durch eine 2 zu 3 Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am Einzug in das Finale. Die Ära der erstklassigen Oberliga West schloss Kreuz 1962-63 mit Schalke auf dem sechsten Rang ab und war damit für die neu eingeführte Fußball-Bundesliga qualifiziert. Er hatte in 27 Ligaspielen 10 Tore erzielt. Mit dem 30. Spieltag den 11. Mai 1963 endete das Kapitel Oberliga West. Mit dem Angriff Reinhard Liebuda, Hans Nowak, Willi Koslowski, Waldemar, Gerhard und Kreuz gab es ein 1 zu 1 Römi bei Fortuna Düsseldorf. Insgesamt bestritt Kreuz für Schalke von 1956 bis 1 zu 9, 6, 3, 1, 3, 5 Oberliga-Partien und erzielte dabei 42 Tore. Auch sieben Spiele um die deutsche Meisterschaft mit vier Toren bestritt Manfred Kreuz. Zwölf Pokalspiele und vier Europapokalspiele gehören ebenfalls in sein Standbuch. Als die Bundesliga 1963-64 eingeführt wurde, stand Kreuz immer noch bei Schalke 04 unter Vertrag und gehörte auch am ersten Spieltag den 24. August 1963 unter Trainer Georg Gavlicek der Elf an, die mit einem 2 zu 0 Heimsieg gegen den VfB Stuttgart in die neue Elite-Liga startete. Nach dem fünften Spieltag den 21. September mit einem 1 zu 0 Heimerfolg vor 40.000 Zuschauern gegen das HSV-Team um Uwe Seeler und Gerd Dörfel, rangierte Schalke mit 9 zu 1 Punkten. Punktgleich mit dem späteren deutschen Meister 1. FC Köln auf dem zweiten Rang. Für den verletzungsanfälligen Kreuz war aber damit die Runde beendet. In den nächsten drei Runden erlebte er die Trainingsarbeit von Fritz Langner und den steten Kampf gegen den Abstieg. In der Saison 1964-65 brachte der Einzug in das Halbfinale im DFB-Pokal kurzzeitig bessere Stimmung nach Schalke. Am 7. Januar 1967 verloren die Schalker bei Borussia Mönchengladbach mit 0 Uhr 11 und erlebten damit die bislang höchste Bundesliga-Niederlage. Der Vereinsgeschichte. Ein möglicher Grund für das Schalker Debakel. Mit nur noch einem Einsatz am 30. März 1968 beim 1 zu 1 Heimremi gegen Hannover 96 beendete der Finanzbeamte beim Finanzamt Gelsenkirchen Nord. In Folge einer Meniskus-Operation nach der Saison 1967-68 seine Spielerlaufbahn. Sein letztes Pflichtspiel für Schalke bestritt er auf halbrechts an der Seite der Mitspieler Horst Blechinger, Hans-Jürgen Wittkamp, Herbert Höbusch und Gerhard Neuser. Kreuz hatte von 1963 bis 1968 in der Bundesliga 83 Einsätze absolviert, in denen er 16 Tore erzielte. Nach seiner Spielerkarriere war er jahrelang Trainer der Schalker Amateurmannschaft. Zum A-Nationalspieler hat es bei Manfred Kreuz nie gereicht. Zu einem B-Länder-Spiel wurde er mal eingeladen, kam aber auch dort nicht zum Einsatz. Nach eigenen Angaben lag das wohl auch mit an seinem Lebenswandel. Untertitelung des ZDF, 2020